Ich vernehme ein wildes Arthus. Da, in seiner natürlichen Umgebung. Uga, 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 I can't stop. Okay, das reicht wieder. Ja, natürlich habe ich es aufgenommen. Ja, das kannst du deinem Platz haben. Puh, nitzig, ich schau mir den Jenny, weil keiner hat den Jenny, ne? Komm zu euch. Und hier ist deine, ich habe deine Blume gefunden. Nice. Ja, wie seht ihr hier rührt? Oh, die war hinter mir. Der, du bist so toxic, Alter. Ich muss, die hinter mir steht. Arthus. Marika, wo bist du? Wir hätten den Jenny geschafft und ich hätte das, ähm, hell. Unlucky. Easy, Digga, easy. Sie jagt niemanden, es geht sie überwärts. Sie ist, geht zum Main Building. Ist hier eine Falle? Nein. Okay, perfekt. Jetzt kommt sie wieder. Ich weiß woher. Ach so, da läuft sie. Okay, lauf Arthur, lauf. McDonalds hat man auf. Oh, sie hat mich geschlagen. Bist du ein Wigster, was ist das eigentlich? Lauf. Lauf. Versuche ich zu beschützen, ja. Ja, dafür keine Gefühle. Ach so, ich habe hier Rue gefunden. Ja, ich seh's. Lass dich mal irgendwo anders da und dann mach ich das weg. Weil ich dich heim oder halt du dich selber? Ja, ganz schön teilen. Ja, so, machst du sehr gut nicht hin. Ja, oh, der Free Sixty. Oh, ohne Baum rum, Alter. So ein Toxic Kid, ne? Du hast Ruin durchgehalten. Du musst einen helfen. Ja, das kann... Ja, ich loop sie halt jetzt weiter, ne? Klatsch, klatsch. Ne, das habe ich jetzt aber nicht erlaubt. Nein! Hallo, pass mich an. Oh. Richtig Toxic. Ja, okay. Ich dachte, ich hätte schon den Kipp aus der Kipp. Ja, ja, ja. Ich werde sterben. Du brauchst das Ruin durchstrike. Hier ist eine Falle direkt vor mir. Und rechts neben mir. Und wenn die eine Taschenlampe zieht, ist das geil, dann krieg ich die 400 Punkte für die. Sie hat drei Falle. Digga! Ja, die hast mich. Du hast schöne Haare. Ich fang schon mal hier an zu crouchen. Ja, sie jagt mich, sie jagt mich. Die sind ganz nah an der Straße. Die Straßenbahn. Ach, ja stimmt. Boah, ich dachte, das wäre im Spiel, Alter. Genau. Soll ich beide Fallen jetzt auslösen? Ich glaube, ich gehe doch auch hier lang raus. Oh, sie dreht sich jetzt, obwohl ich im Schrank war, diese blöde Bitch. Okay. Guck mich aber beide an. Essen? Fragezeichen. Das war absichtlich, oder? Ja. Und sie ist sogar hingeportet. Ich bin niemals entkommen, als ob ich das hingehalten habe. Weil Dings sie gebetet hat. Nice. Dings, ja, Selina, Entschuldigung. Ja, wenn wir leben würden. Ich bin bei dem kleinen Häuschen. Come on! Okay, ich nehme welche noch mit für dich. Ne, sie wird mich tunneln. Sag ich jetzt schon. Ja, pass. Oh, sie tunnelt mich. Geil. Sie hasst mich. Weil ich sie geloopt habe. Oh, hier sind nur noch Palette. Nice. Toll. Oh, ich habe eine Blüte gefunden. Jetzt sind wir alle hier. Okay. Alle mal einen Hit eingesteckt. Jetzt loofen wir sie zu zweit an dieser Palette. Ja, ist schon eine gute Idee. Wo bist du, Selina? Ähm. Achso, du loopst sie gerade. Okay. Okay, wer ist gerade nicht am... Ich mach'n Jen. Ich mach'n Jen. Ich mach'n Jen. Ich mach'n Jen auf. Ich geh jetzt da unten für meine Blüte. Wo seid'n? Äh, ich bin da, wo in der Nähe wo du hings. Also bei dem, bei dem Bagger da. Bei dem Schneemobil. Bums. Keine Ahnung, was das sein soll. Eine Pfanne. Ja genau. Weiter, 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 weiter. Oh, hast'n direkt gefunden. Sehr gut. Ich hab' nur, ich hab' nur eine bekommen. An dem Jen ist auch eine. Ich halte dich mal. Ich will nicht, dass du stürzt. Das Ding ist, ich bin etwa einen Meter an dir von, einen Meter von hier weg. Da oben ist noch The War of Hope auf dem Hügel. Was? Oh, fang. Oh, fang. Das ist nett, kommt hier. Ja, denn. Wo ist The War of Hope? Auf dem Hügel. Die geht auf dich. Die geht auf dich. Die geht auf dich. Nee, doch nicht. Ja, iss mich auf. Versteck dich irgendwo. Ich will nicht das so. Äh, vor mir. Aber soll ich zuerst The War of Hope wegmachen? Ich kann The War of Hope nicht machen. Ich hab' den Fire of the Strike. Ich mach' vor mir nicht. Und an dem, äh, genau, an dem Jen ist auch eine Falle. Ja. Also wir müssen nur eine Falle. Von mir. So meint ihr, die hat's mir War of Hope getrapt? Kann schon sein, ja. Ja. Oh, fuck, die kommt hier raus. Ich hab' den Falle, sagst du? Ja, direkt vor mir. Aber ich glaub' sonst keine weiter, nur die. Der hat's. Aber S4, 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 S6. Wenn uns jetzt weg macht, wenn du willst, gell? Ja, mach' nicht. Ich bin dabei. Weil eh verletzt ist. Aber hier ist direkt der Haken, ne? Es ist egal, ich zieh durch. Der, der Aufstieg ist, kommt eh nicht hin. Oh, okay. Und jetzt hier, da ist eine Falle am Den wieder. Ich komm' jetzt zu dir. Gehst du dann retten, Rato? Mhm. Has seen us calling, oder? Lenders Calling ist doch das, wo man sieht, dass man sich haltet. Ja, weil sie ist zu weit weg. Ich guck dir in der Klasch, ey. Fuck you. Ja, jetzt ist ja egal, das wird's auswählen. Kommt der im Gegend. Oh, 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 oh. Ist die... Ist der ne Falle bei dir? Ähm, ne. Beim Jenner, aber... Obwohl, doch, der ist am Weg, aber... Der hat mich was gelöst. Ah, da ist er. ihr könnt euch auslösen das ist nicht herkommen wenn es jetzt ist die Welt auf der Schulter also kommt jetzt in der Köln hat den Falle bei der Hinterkirche äh ich jetzt wieder Ok, ja, ich geh sie dir nur retten. Ich geh zur Killershack. Oh, der hat schloss. Oh ne, ich kann nicht heilen, wenn du willst. Ja, ist ja super. Jagd, zähl ich noch dazu? Ja. Die rafft halt auch nicht, dass sie da einfach eine Falle in die Killershack platzieren kann. Ja, hat sie schon. Weggeportet. Oh, jetzt. Ok. Könnt ihr ihr zu einem kleinen Haus kommen? Machst du einen kleinen Gehen? Ja, doch mach ich, aber ich brauche halt. Achso. Ich geh den Arthur retten. Ich bin bei Arthurs Pflanze. Ich hab die Palette benutzt. Ja, kannst du. Oh, sie hat nicht... ich wusste nicht, dass sie da lang geht. Oh, ich bleib am Stein hängen. Oh, nice. Ja, jetzt nicht. Down. Ja, renn weg, Arthur, renn weg. Mein Gen hier ist um 80 schon. Nice. Aber ich krieg gern... Ich zieh mich jetzt auf. Also du bist halt, ich müsst... Hätt ich jetzt Adrenalin. Ähm, ich müsst halt den Ausgangszor eröffnen, also wär nix. Ja, ich weiß nicht, ob ich nen Gen fertig kriege und die müsstest nicht... Ja, Upload, hier ist keine Falle. Ja, ja, jetzt schaffen wir's. Dann lass weg von den ganzen Vorteil. Lukas spawnt im Main-Building, ne? Ja. Ja, ja, ja. Kann ich verstehen. Sie ist noch hier. Sie ist noch bestimmt irgendwo. Macht eine Falle volles Ausgangszor? Ja. Und die Butcher also auch fun... Ja, sie hat halt Devore Hope... Ruin, Saipeed Butcher und das letzte Perkzschon mitkommen. Nöd für nöd. Naja, das wär heftig, oder? Die Vorhob und nöd. Es gibt so behinderte Leute... Ja... Ich hab hier... Ich hab hier bisschen Angst, wenn wir direkt hier heilen. Ich mach gleich das Ausgangszorrechts auf. Willst du das aufmachen gehen? Mach du, mach du. Ich weiß nur wo ein Totem ist, ich will gucken, ob das nöt geworden ist. Ach so, ja dann mach ich. Wenn ihr die Hedge findet, sagt Bescheid, ne? Ja, Mainbuilding dachte ich, oder? Ja, ich muss irgendwo beim Mainbuilding sein. Da läuft sie grad aber auch lang. Ne, ist kein nöt geworden. Ich glaub nicht, dass sie nöt hat. Ich mach den Ausgang auf 99. Danke. Ich versuch hier den Blick aufzumachen. Ja. Dann geh ich mal zum Mainbuilding. Ja. Oh, Pax ist hier. Oh Gott, wo war denn der andere Ausgang? Bei, bei, beim, 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 beim. Okay, sie jagt mich doch nicht. Ja, sie jagt mich. Oh, ich hab die Lupe, die ist innen drin. 99. Innen drin? Ja. Ja, okay. Ja, ich seh's ja. Hast du eine Schlüssel? Ja. Okay. Ja, komm mal her. Ja, ich muss ihn auch noch schnell öffnen, dann kann ich vielleicht hinkommen. Oder ich geh durch die Ausgangs-Zone einfach raus. Du kannst, du kannst. Ja, ich geh durch die Ausgangs-Zone einfach raus. Seid ihr an der Hack? Ja. Wo ist die genau? Ja, hier, hier. Ja, die nehmen hinten Hack, Hack ist bei mir. Direkt hier in der Treppe, direkt in der Treppe. Na dann. Ich hab, ich hab die Errungenschaft gemacht mit Ace. Nice. Und ich hoffe, ich hab jetzt meine Herausforderung. Ja. Oh, ich hab meine auch. Ich habe eine Brutal-Strain-Club. Okay, ich hatte Brutal-Strain-Club. Was ist das?